Das geht ab, meine lieben Manni am Start. So, ich nehme euch direkt mit auf 15 Euro, die verdrecksten Fische. Oh, Level 2, das ist gut. Oh, jetzt noch drin. Krass, was geht denn bei dem ab? Macht der alles voll, oder was? Ich wollte schon sagen, er wäre auch zu schön gewesen. Hm, könnte er eventuell eine Hoffnung werden. Let's go, komm, Junge, auf 15 Eier, mach ich keine Fehler, sonst zieh das. Komm, jetzt musst du anfangen, sonst wird es schwer. Guckt euch die Fische an. Oh, angeblich so viele Vorteile und da passiert einfach mal gar nichts. Dann hast du einen Schmutzfichter drin. Was ist das denn für ein lächerlicher Auftritt, ey? Hast du angeblich vier Dinger da, Junge, und wofür? Fack, ein schwacher Scheiß, Mann, echt. 800 Euro, ey, wow. 15 Euro sind 800 Euro. Einen Haufen Scheiß, wer genau so wie Freispiele auf 51 und ergibt dir 80 Euro. Na ja, wir gucken mal, vielleicht kommen wir ja nochmal rein hier. Oder vielleicht zieht der jetzt auch voll runter. Also ich denke oft, ey, wir haben so mehr Sachen du hier bekommst, für, was weiß ich, Level 2, mehr Angler, mehr dies, mehr das. Und umso weniger kommt der, ey, keine Ahnung. Das ist auch das einzig coole hier an dem Spiel. Ob der immer so einen Nachläufer hat. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Umso mehr so einen Nachläufer hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. vor allen dingen kommen die fische so aus dem lauf total selten hier bei dem spiel kommen die wirklich meiner meinung nach 90 prozent nur über den respon wenn du zwei fische schon erstellen hast k k k k k k k k Das sieht nicht gut aus. Das könnte hier schon Richtung Ende gehen, ehrlich zu sagen. Okay, jetzt haben wir wenigstens drei Chancen, wenn er jetzt nicht direkt reinkommt. Chancen Nr. 1 Rick, Chancen Nr. 2, Sauber. Das meine ich ja, das ist so der einzige, wo ich sage, das ist cool. Scheiße, schon weg. Angeblich mehr Angler. Naja, umso mehr Angler du hast, umso weniger kommen. Komm, mach du Äfken. Ich sehe keine Vollidioten reinkommen. Wow. Natürlich mal ans Zeug gelegt hier mit brauner Räume. Das war ja echt jetzt mal ein guter Ficht, da will ich ja nicht meckern. Guck mal, wie der Angler da eigentlich drin ist, aber der wird total vom Bild ausgeblendet. Das ist auch geil, ey. Kommt Fischi. Ihr seid doch schon grün. Ihr seid doch schon knatschverfault. Lauf ein hier, Mann. Schade. Verrampster Thunfisch hier. Ja, super, echt. Ist aber so an sich echt ein cooles Spiel, aber das ist halt voll das Script-Spiel, ne. Wow, 800. Nicht schlecht. Manchmal, ey, kannst du auch beim letzten Angler sein, den du brauchst für mal 10. Da kannst du noch 10 Spiele haben. Der kommt einfach nicht rein. Das ist das Ekelhafte bei dem Game hier. Das ist das Ekelhafte bei dem Game hier. Das ist das Ekelhafte bei dem Game hier. Wie komisch manchmal die Seite am Haken ist. Der ist total... Keine Ahnung mehr. Komm, wir sind 2.0, nochmal rein um Mistburg. Komm, wir sind jetzt optimal. Oh, wie wird sich da wegkackt? Die Scheiße, ey. Total Banane, Mann. Also, die Scheiße, 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 aber auch in eine Lösung. Oh, das ist das Problem. Ah, die verfaulte Garniere hier. Komm, wir brauchen die Fische, dass die oben stehen. Damit wir nochmal einen Spinny auf Gratis bekommen. Wow, was ist das denn? 600 oder 750? Ah, das einzige was jetzt fehlt sind jetzt nochmal ein paar Spiele. Jetzt wäre gut. Ach komm, rutscht doch nicht immer durch. Ja, super. Beste Chance. Blöder nicht. Ich sag ja, du kannst echt davon hier bei dem Spiel ausgehen, du kriegst die 90% über den Respin. Ah, guck dir das an. Oh, komm. Wer will die nicht geben? Oh komm. Schade. Also der wirft gute Gewinne wirklich so zum Halten, ne? Aber ihr seht ja auch wie schnell die weg gehen. Wir befinden uns immer so hier in dem Schnitt zwei Mille. So, komm, jetzt mal ein paar Fische. Guck mal, wie das da hinten eiert. Ey, hör doch auf. Dr. Scripty ist in ihr Haus, Mann. Bei so vielen Spielen, so vielen Chancen, die der gibt, dass der so schon eintrudeln kann, ne? Und dass der da wirklich fast nie kommt. Das ist wirklich eine wahre Pracht. Das ist ja bei den anderen Big Bass Spielen nicht anders. Deswegen spiel ich aber lieber immer nur das, weil ich weiß, ja, halt mit diesem Nachspin. Und wie viel Geld der jetzt schon Durchlauf gemacht hat, ohne Freispiele, wenn wir die ganzen Gewinner nicht bekommen hätten. 750 und dies und das und was weiß ich. Wären wir hier schon lange am Arsch. Na, Saka, du kriegst ihn nur über diese Scheiße hier rein. Komm, Level 2, gönn. Äh, ist das ölig. Ja, und wieder vorbei, echt super. Gucken, vielleicht schafft das ja jetzt mal. Sag mal, die Beträge, die in den Fischen stehen, die gehen mir eigentlich am Arsch vorbei. Da bin ich ehrlich, weil ich immer nur auf der Suche nach, äh, nach Dingens bin. Hier, sag mal schnell, nach Angler. Komm jetzt, äh. Komm, direkt gönnen, damit wir safe sind. Guck mal, 7,5 Tausender Fisch. Ja, gut. Der war nochmal in Ordnung. Zumindest zweite Zaunerwirtschaft. 7,5 Mille. Alte Drecksau. Ja, ruhig mal schmeißen können. Gut, so. Kaum geht es auf, mal zwei Kässe, nur noch die kleinen Kacke rein. Ich glaube, jetzt kriegen wir vielleicht noch einen Angler und dann wird das. Gut. Okay. Der macht das nochmal spannend. Jo, sauber. Ja, das ist sehr gut. Drei Angler noch, drei Angler noch. Drei verschmorte Drecksangler. Da. Drei. 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 Da. ach komm, da tut doch jetzt schon wieder weh klar, gut bezahlt, wollen wir nicht meckern, im Moment fängt auch nur 200x, wenn ihr so überlegt, klar, 3 Mille, 3 Mille, machen wir jetzt auf 1 Euro auch nur 200 Euro, das sieht alles so crazy aus, aber das auch bei der Einsatz so am Peitschen ist, vor allen Dingen, wie schnell hast du die wieder runtergekordelt, wenn dir nichts passiert, komm, träg nochmal ein paar Verstaubte hinterher, naja, klar rutscht der durch, ist doch logisch, so, komm, jetzt sind wir gut, naja, wär auch nur YouTube, echt, der alte Seuchenfreier hier, Hältstück so hoch, Jo, sauber, komm, jetzt Level 2 plus 2 Freispiele wäre super, und wieder vorbei, alter, komm, ein Angler geht, jawoll, jawoll jawoll nicht jawoll komm, mach doch direkt Stufe 2 klar, du Schwanz so schön gestartet bis zu am betteln, dass dir hier noch einen Mistangler gibt dieses Spiel ja, werden auf jeden Fall einige lange Videos für euch 20 Minuten, eine halbe Stunde, dies und das, das und dies wird gut 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 20, let's go mal anderes Fach hier versuchen Das war's für heute. Komm, wir brauchen die Spins hier. Alles andere bringt hier nichts. Na, sie können noch in der Totenphase was hier. Das war's für heute. So Leute, ich nimm euch mit nach Roulette. Ja, super, genau, wichtig ey. Gerade die 31 Schuhen rasiert hier mit dicke 300 X. Ja, gucken wir uns mal ein Ründchen auf 2 an, ja. Okay, guck mal, 29 meine Zahl. Hätte ich eigentlich getroffen, nicht doof ey. Ja, super echt. Und wir gucken mal eine Runde noch so. Und danach zog ich. Scheiße ey. Direkt verpasst die 29 ey. Mach' nen Käse man. 36. 36. Hm. Ich spiel in 1000 Euro die Runde Arschlecken. Ja, was soll ich jetzt. Da kriegen wir jetzt ein paar Treffer hintereinander. Ja, 7 wäre doch schon mal nett. War schon mal ein Anfang. Jo, 2 und 3 ist darüber. Und der Winning Nummer ist. Oh, 19 würde besser sein. Ja. Okay, es ist 32 Reds still. Wir haben 805 total winners. High-Win Nummer. Was ist das? Section 3,000 in 2nd. Column. Moneymaker. Play 247. Spawn. Purgar. Endplay. 116. 118. 13. Moneymaker. Moneymaker. Und Bits of Closers. Lighting around. Good luck. Auf jeder Zahl 100 ist eigentlich auch viel zu viel, ich glaube. 10. 17. 100 ex. 17. Aber wenn jetzt die 10 kommt, ey, dann ärgere ich mich, ey, weil ich die 10 normalerweise auch spiele. Aber ich wollte eigentlich 3 Runden glatt, ah, 1000 spielen. 17. Nein. Oh, oh, you what? Oh, my God. Fatty, did you say that? War eigentlich schon in der Richtung 17, ich schwamm. 19 Red. That was a close one. I really wanted 17 for you, my, my lovely, lovely girl. So, yeah, it's 19 Red. Kajot number. Was a section. 2nd battle. 1st color. 824 winners. Bibin. Purgar. 47847. Yes. And player 116. Congrats, guys. I'm a group of full being mad. That's an enclosed lightning round. On y va. Lolz. Ah, light up the moon. In which way do you mean? With me or with these lightning numbers? 13, 18, 2600 ex on. 13, 3600 ex on the other two. Yeah, we need a bit of mood lightning, to be honest, with all these guys talking about terrible things, actually. Involving kids and all that. I don't like that. That's horrible. Actually, that's why he said it, because he asked me if I had a baby girl, and then he started to write. Huh? See? They're trying to play mind tricks. Trying to make me feel. 822 winners, 5 retro section, low number, 1st, 1st, 2nd, 2nd column, GG, Bulgar, moneymaker. Top 5, nice. Let's close. 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 Yeah, I think that's horrible. I don't drink. Nice try, but I don't drink. 412, if he takes on both. Good luck. Oh wow. Rolling, rolling, rolling. Guck mal, die 0. Ich hab doch gesagt, da kommt die 0. Und habt ihr das gesehen, was für ein Magnet den gerufen hat? Guck mal, hier drängt meine... Ey. Leute, seid mal ehrlich, ich hab das gesehen, da kommt die 0. Die Schnauze, Alter, GG, Moneymaker. Alter, Junge, was? Junge, ich... Hast du ein Magnet, Junge? Ey. Bitte, bitte, bitte. Oh, ey. Kommt, 788, Junge, 8 werde. Der ganze 1. Da kommt niemand hin. Kommt, wo der hinfällt. 7. Ufo, kling. Sova. Wir leben wieder. So krass, die Nullen! Guck mal hier, alles schön, meine Zahlen! Gibt die 0, gibt die 8, du weine Köter! Jetzt kommt gar nichts von meinen Zahlen. Guck mal, wie der in der 32 drin war und sagt, nein, 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 noch mal 3000, bist du bescheuert? Das ist so das beste Luftspiel hier. Ja, du hältst jetzt mal die Schnauze an. Komm, 11! Ey Leute, das... Ja, natürlich. Die 11, Junge, die zimmern ja niemals raus hier für mich. 50.000 Euro. 50.000 Euro wäre diese dreckige Dreckself gewesen. Ja, müsst ihr euch mal auf die Zunge zergehen. Nee, nee, nee. Aber gut, sag mal so, bei meinem Glück, was ich jetzt in letzter Zeit hier hatte, rein generell, was ich hier schon ausgezahlt hatte in den letzten Tagen, zu heftig. Hätte mich das gar nicht gewundert, wenn die auch noch eingelaufen wäre. Ja, komm, wenn ich nicht treffe, gibt den Leuten die 25, ihr Asker, ja. Guck mal, auch von 20 nach 31 rüber. Ja, jetzt brauchen wir aber mal wieder Treffer, sonst wird es hier schnell düster im Keller. Oh, ich habe wieder 32 Minuten Video, ey. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen, aber ich glaube bei 35 bricht das, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, gib die 4, du Schwanz. 17, okay, sauber. Wichtig. Und jetzt liegt noch ein Treffer ein, ja. Und jetzt liegt noch ein Treffer ein, ja. Ja, natürlich. Schön auf die Kanzel. Ja, natürlich. Schön auf die Kanzel. So, Schotzi, jetzt mach mal einen hier. Puste den mal an das richtige Feld rein. Ja, ja, genau. Richtig schön falsch gefüllt. So, Pieps wants noch einer. Sonst muss man links noch hochschießen, so 15 Mille, ja. Weil, ja, jeder fühlt sich so, dass sie das tun müssen. So, das ist so, ich möchte die TV-Kanzel. Aber ich habe nie gesehen, aber ich habe nie gesehen. Okay, Leute. Okay, Leute. 1 RAD und 22 Blöck und 100 extra 1. Alright, Leute. Ja, wir sind fertig. 2 RAD und 22 Blöck und 100 extra 1. Ich bin dran. Möge die! Ihr wisst nicht, Hindern gangs. Komm gib die 14, ohne Scheiß, egal ob ich verliere, gib den heute die 14 mit mal 500. Okay. 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 5? Ahhhh. Gibt da die 5, du Sau. Trägt neben der 10 auch Doppelchance. Aber wie gesagt, wir brauchen mal so 2-3 Treffer am Stück, damit das so ein bisschen vorangeht. Aber wenn du jede dritte Zahl triffst, dann bin ich dann schon 3,75 im Brand. War schon in der Ecke unterwegs, die alten ist cool. Ich höre mal die gleichen Zahlen, die ich spiele. Warum? Weil ich auch nicht morgens mit ihr ausgesucht habe. Ich glaube 18 oder 9. Ja. 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 Danke für diese Spiel, meine Damen und Herren. Gratulation zu allen. 820 winners in total. Und das ist alles. Aber ihr seid willkommen, Leute. Platz für euch. Best. Und ich wünsche euch viel Glück. Best of Glück. Nicht. Puck. Puck. Anliegen. Ja. Brock. Ich bin weg von 12, natürlich. Komm, jetzt treffen wir wieder hier. Jetzt kommt langsam der Röschweg hier raus. Es gibt noch eine Kamera. Es gibt noch einen Röschweg. Es gibt noch einen Röschweg. Jetzt sind wir bereit zu sehen. Wir haben hier 20 und 33 Blöcke. 4 Blöcke und 120 Blöcke. Okay, der gewinnende Blöcke ist 4 Blöcke. Es ist ein 1.000 Blöcke. Es fällt aber alles nur 1. Sekt, oder? 7. 21. Kommt ja rein. Nein, das war aber nicht. Nun auf die linke Seite kommen drei Mann. 026 32. 026 32. Jetzt oder nie? Ach, dann nie. Ja Leute, jetzt bin ich auch noch klein. Es wird langsam wieder ganz ekelhaft. Aber richtig ekelhaft. So mit den letzten fünf Spinn-Guys, drei von den Nummern waren Blut. Und tatsächlich, drei von ihnen waren sogar Nummern. Also, wünschen natürlich alle Besten, meine Damen und Herren. Bereit? Okay. So, Bethel closed. Best wishes. The lighting numbers, it's a time. Yeah, we have four of them this time. Zeroing, four. Seven Rudd and ten Black. Okay. Okay, man, ich bin überall mit drin. Mach da mal was Schönes hier für den Chef. Natürlich, ich vermiss mich nichts. Wappel so. So, wir sitzen jetzt alles an. Ja, alles drauf, ja. Letzte Chance, Leute, wenn ich dann zwei Arme gehe und mache. Schmutzige Zehn oder so. Komm mal wieder von meiner Sieben. Oder, pft, scheissegal. Gut, Leute, Video, alles ist vorbei. Alles kaputt.